Tödlicher Dienstag bei RTL. Vor mir liegt ein Toter. Ein neuer Fall. Lebendig begraben. Den nur eine lösen kann. Große Dramen, große Emotionen. Das schreit doch geradezu nach einer kultivierten, intelligenten Frau. Nachts um vier haben die alle kein Bett. Ich hab immer gesagt, nicht die Jugendclubs schließen auf dem Land. Sagen wir jetzt davon. Miss Merkel, ein Uckermarkrimi. Am 19. März. Und streamen auf RTL Plus.